Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Heute natürlich wieder an meiner Seite Thomas Bergmann. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Maiko. Und auch bei uns die DAX-Tafel in Frankfurt, die wir jetzt mal einblenden. Da sehen wir, der DAX ist mit leichten Verlusten in den Tag gestartet, hält sich aber noch über der 12.500-Punkte-Marke. Fehlen so ein bisschen jetzt die Impulse. Nach sieben Gewinntagen in Folge ist es ja vielleicht auch kein Drama, dass er jetzt ein bisschen abgibt. Da hast du vollkommen recht. Es gibt aus China leichte negative Meldungen, was die Industrieproduktion betrifft. Die war etwas schwächer als erwartet. Entsprechend rot waren die Vorzeichen, jetzt nicht massiv, aber doch im negativen Terrain. Die Kurse in Asien in der Nicke leicht im Minus geschlossen und die anderen China-Börsen auch. Und ja, das Ganze überträgt sich heute etwas auf die deutsche Börse. Zwar hat Dow Jones nahe Allzeithoch geschlossen. Aber ja, man sucht jetzt wieder nach neuen Impulsen. Ich sage mal, der Euro, der hat sich wieder beruhigt. Der ist jetzt unter 1,19 gefallen. Also von daher gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt hier groß pessimistisch zu sein. Wir sind ja auch gestern mit Verlusten, mit ganz leichten Verlusten in den Tag gestartet. Am Ende des Tages haben wir noch ein kleines Plus gesehen. Also wer weiß, was da heute noch passiert. Eventuell dreht er ja auch heute das Vorzeichen. Wir schauen uns langfristig die Situation an. Da sieht es natürlich weiterhin gut aus. Genau. Wir hatten ja diesen Widerstandsbereich hier, was wir immer wieder gesagt hatten, um 12.320 überwunden. Also sprich, diese Schiebezone hier zwischen 12.000 und 12.320 verlassen, nach oben ein Kaufsignal generiert. Wie gesagt, hier einen starken Anstieg von 11.9 auf 12.550 Punkte. Also das waren 650 Punkte in relativ kurzer Zeit und dass man da mal 100, 200 Punkte mal auch wieder konsolidieren kann, ist völlig normal. Das ist so das Ziel, das wir gestern auch angegeben hatten. Die 12.640 auf Schlusskursbasis, 12.676 auf Intraday-Basis. Und ja, optimal wäre jetzt, vielleicht Max kurz mal die vielen Linien weg. Also optimal wäre jetzt ein Rücksetzer in dem Bereich von 12.320 und dann eben an dieses Hoch ran. Das wäre so die Wunschvorstellung, die wir mit uns führen. Und dann denke ich mal, sollten wir diese Hürde hier überwinden, dann sind die alten Hochs bei 12.950 auch machbar. Sehen wir auch hier nochmal besser, vielleicht auf noch langfristiger Sicht, das Chartbild. Also hier nochmal das Optimal-Szenario, was wir uns auch so vorgestellt haben, dass eben der DAX diesen hohen Abstand, den wir hier hatten, das waren ja doch teilweise über eineinhalb tausend Punkte, jetzt auf null quasi reduziert hatte. Wir waren leicht unter der 200-Tage-Linie, sind dann wieder nach oben weggedreht. Und das war so das Szenario, was wir uns ja immer erhofft hatten. Und ja, wie gesagt, solche steilen Anstiege sind nie von ewig langer Dauer. Und jetzt kannst du ruhig mal kurz zurücksetzen und dann gehen wir wieder weiter. Das wäre eben wünschenswert. Und wenn es dann weitergeht oder für den Fall eben, sehen wir jetzt das passende Produkt. Das ist jetzt auch schon seit ein paar Tagen aktiv. Genau, seit letzter Woche, 11. September war der Einstiegszeitpunkt. Empfehlungskurs war 7,97 Euro. Also schon ein schönes Plus, dass wir da erzielt haben. Stopp-Kurs habe ich schon im neuen Heft nachgezogen. Also ich empfehle da mal reinzuschauen. Und ja, ich würde es halten, das Produkt. Ich sage mal, wenn wir das jüngste hoch, also das gestrige bei 12,55 dann wieder überwinden, kann man hier durchaus nachkaufen beziehungsweise neu einsteigen. Wenn Sie jetzt neugierig sind auf den Stopp, Sie können jetzt schon das Heft online, also das E-Paper erwerben. Morgen ist es dann im Handel, wenn Sie es ja eben physisch erwerben möchten. Das war's für heute. Dankeschön. Sehr gerne. Thomas, morgen sehen wir uns dann auch wieder hier mit dem DAX-Check. Seien Sie mit dabei. Bis dahin.